Hallo und guten Tag, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ralf Mödersheim, 56 Jahre alt, bin verheiratet und habe eine Tochter. Meine Hobbys sind Familie und Reisen, allebei Sportarten, sowie Filmzolle und Urteil machen. Ich habe bereits Erfahrung als Darsteller in verschiedenen TV-Produktionen, sowie Werbeshootings und Imagefilme für Printmedien und Werbung. Ich arbeite für Film und Fernsehen, Werbemanagements, Modelagenturen und Fotografen, als Best-Ager-Model und Darsteller. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ein Grüß herzliches aus Nürn, Ralf Mödersheim. Vielleicht sehen wir uns bei einem Werbetrieb.